Musik Hey meine lieben Bücherwürmer! Ja, ich mache heute meine Leseliste für euch und ich hoffe so sehr, dass die Kamera durchhält, weil der Akku ist, glaube ich, ziemlich alle und ich aber keine Zeit mehr habe, jetzt diesen Akku noch aufzuladen. Ich hoffe, das hält. Deswegen legen wir auch gleich los und zwar habe ich mir für den Monat April eine kleine Challenge für mich selber ausgedacht, nicht aber gesetzt, denn ich habe im März sau, 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 sau viele Bücher gekauft und das ist Sammy. Und ich will einfach mal ein bisschen meinen Supp wieder verringern, weil der ist ein bisschen wieder in die Höhe geschossen und deswegen habe ich mir eine kleine Challenge gesetzt und zwar, da ich ja immer so um und bei 16, 17 Bücher schaffe, habe ich mir die Challenge gesetzt, ich möchte im Monat April 20 Bücher schaffen. Deswegen habe ich jetzt auch eine strikte Leseliste, an die ich mich auch strikt halten möchte, weil ich jetzt nämlich im März auch nur bedingt dran gehalten habe und ja, ich lege einfach mal los und zwar habe ich, achso, das hat auch noch einen anderen Grund, nicht nur die Neuzugänge, sondern auch, weil ich noch ein paar Rätselexemplare hier habe und so weiter und so fort. So, legen wir gleich los und zwar habe ich ein E-Book, das habe ich gestellt bekommen von der Autorin selbst und zwar ist das von JS Wonder und täglich ohne dich, es spiegelt gerade ein bisschen, aber ich habe auch keine Zeit noch groß zu schneiden, deswegen, es tut mir leid. So, sie hatte mich angeschrieben und ich habe mir das dann durchgelesen und habe halt gedacht, habe so gesehen und ich denke, oh, das hört sich richtig, richtig gut an und ich glaube fast, dass ich wirklich bei dem dann auch den zweiten Teil direkt hinterher lesen möchte. Auf jeden Fall freue ich mich mega auf dieses E-Book, es hört sich so super genial an. Es geht halt um eine Frau, die immer wieder an dem gleichen Tag aufwacht und es gibt nur einen anderen Menschen, den trifft sie irgendwann und der weiß halt, dass es immer wieder derselbe Tag ist und ja, das hört sich auf jeden Fall mega spannend an. Ja, dann gehen wir gleich weiter mit dem Buch. Wie ihr seht, ist da schon ein Lesezeichen drin. Das habe ich im März nämlich schon angefangen von Julie Kagawa, Unsterblich. Deswegen sind jetzt auch gerade noch 21 Bücher auf der Leseliste, weil ich dieses Buch, das werde ich heute am 1. April zu Ende lesen. Ich habe heute eine 2,5 Stunden Autofahrt, das schaffe ich. Und ja, das werde ich heute noch zu Ende lesen, deswegen zeige ich euch das jetzt auch nochmal schnell. Ja, wo fange ich an? Ich fange einfach mal an. Ich habe hier ein Rätselexemplar und zwar von Carolin Wahl, die Traumknüpfer. Das hört sich auch richtig, richtig gut an, weil es da um Träume auch geht und um göttliche Gaben auch, also um göttliche Macht und das hört sich alles sehr, sehr interessant an. Das ist ja ein richtiger Schinken. Eigentlich hatte ich ja gesagt, okay, wenn ich schon 20 Bücher schaffen will, dann suche ich mir die dünnsten raus. Aber ich will halt meine Rätselexemplare auch lesen, deswegen will ich das auch unbedingt lesen. So, das nächste Exemplar, was ich hier habe, ist von Jenny Downham, Die Ungehörigkeit des Glücks. Jenny Downham habe ich ja schon bevor ich sterbe gelesen und da fand ich den Schreibstil ja ganz besonders und ich hoffe, dass der hier auch so besonders wird. Da geht es ja um Katie und Katie, ihre Großmutter Mary, die ist, die hat schon Anzeichen von Alzheimer und irgendwann zieht sie halt zu Katie und ihrer Mutter und ihre Mutter und ihre Oma haben halt nicht so ein gutes Verhältnis und das hört sich sehr interessant an. Ja, hier steht halt hinten drauf noch drei Frauen, drei Generationen, drei Lebensgeschichten. Ja, dieses Thema Alzheimer finde ich auch sehr interessant. Ich habe ja neulichs Honig im Kopf geguckt und den Film fand ich ja so traurig und manchmal braucht man halt so ein bisschen was, was einen so ein bisschen sentimental macht und deswegen hoffe ich, dass dieses Buch das bei mir auslösen wird. Ja, dann habe ich hier noch eins, das ist dann auch das letzte Rätselexemplar und zwar von Molly McAdams, Love and Lies, Alles ist erlaubt. Das ist der erste Teil, der zweite Teil ist ja jetzt auch schon rausgekommen. Ich erhoffe mir dadurch eine nette Geschichte für zwischendurch. Es sei denn, sie kann mich überraschen, aber ich habe halt auch schon einige Meinungen dazu gehört und ja, ich habe nicht sehr viele Erwartungen an dieses Buch. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, denn auch ich brauche mal zwischendurch ein Buch, was einfach locker leicht sich durchlesen lässt. Ja, fangen wir doch einfach mal mit den Büchern an, die ich mir jetzt in der letzten Zeit neu gekauft habe. Und zwar das allerneueste, nee, naja, fast das allerneueste ist von Patricia Spichalski. Heute sind wir Freunde. Dieses Buch habe ich überraschenderweise eine Woche vor Erscheinen, vor offiziellem Erscheinen schon ergattern können und ich habe mich mega gefreut und deswegen möchte ich das jetzt auch unbedingt so schnell wie möglich lesen. Da geht es um fünf Jugendliche, die halt in der Schule festsitzen, weil die da eingeschlossen werden und sie über Nacht da bleiben. Und eigentlich verstehen sie sich alle nicht so gut, aber in dieser Nacht passiert wohl einiges und die gehen halt als Freunde wieder hinaus. Also hier steht dann, am nächsten Morgen ist nicht nur ein Liebespaar aus der Nacht hervorgegangen, sondern auch fünf Freunde, die es gestern noch nicht waren, aber heute sind und es vielleicht sogar bleiben. Das hört sich mega interessant an, weil das ist so ein Szenario, wo halt Leute, die sich eigentlich überhaupt nicht verstehen oder sie meinen, sie verstehen sich nicht, sich näher kennenlernen, gezwungenermaßen, und sich dann doch relativ gut verstehen oder richtig gut verstehen. Und das hört sich für mich interessant an, weil Freunde findet man nicht an jeder Straßenecke. Und deswegen, ja, dann habe ich mir noch drei Bücher rausgesucht, und zwar diese drei Bücher von J.R. Ward. Und zwar ist das von Black Dagger die Reihe Teil 2, Teil 3 und Teil 4. Ich habe ja bis Teil 14 jetzt alle hier, die habe ich mir ja bestellt gehabt. Das Video kommt leider erst nach der Leseliste, aber das werdet ihr noch sehen. Ich habe mir halt ein paar Bücher bestellt und ich habe mir jetzt aber nichtsdestotrotz trotzdem nur drei ausgesucht. Ich hätte mir auch nur zwei aussuchen können, aber dann wäre mittendrin so ein Cut, weil die englischen Bücher von Black Dagger, das sind ja immer zwei Bände aus dem Deutschen. Und Teil 1 habe ich ja schon gelesen und dann Teil 2 und dann wieder noch einmal die beiden zusammen, ergibt dann im Englischen zwei, also im Original zwei Bücher. Deswegen habe ich mir die auch noch ausgesucht. Dann habe ich mir, weil ich ja gesagt habe, ich möchte auch ein paar Dünne natürlich haben, wenn ich so viele lesen möchte, habe ich mir von Abby Gleins, weil die lassen sich an einem Tag auch ganz gut lesen. Twisted Perfection und Simple Perfection. Ich habe ja Rush of Love und die vier von Rush of Love habe ich halt durchgelesen und das sind ja die danach, die danach kommen. Es geht ja immer weiter mit anderen Protagonisten und deswegen habe ich mir die beiden jetzt rausgesucht. Hier geht es ja um Woods und... Wie hieß sie noch? Woods und Della. Weiter. Und ja, von Jojo Moyes eine Handvoll Worte. Das habe ich von meiner Mutter bekommen, weil sie das aussortiert hat und ich will das unbedingt lesen, weil ich auch das erste von, das andere von Jojo Moyes ein ganzes halbes Jahr richtig, 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 richtig gut fand und ich hoffe, dass mich das auch so begeistern wird. Ja, dann natürlich wieder ein dünnes Buch, was ich mir rausgesucht habe und zwar von John Green, Magus Spuren. Das wollte ich ja jetzt auch schon ewig lesen, weil ich auch den Film unbedingt gucken möchte jetzt endlich und deswegen habe ich das ausgesucht. Ja, gehen wir weiter. Jetzt kommen leider nicht mehr ganz so dünne Bücher aber ich werde es schaffen. Ich bin optimistisch. Und zwar habe ich mir eine Reihe noch rausgesucht von Mace, die Vater. Nach dem Sommer und Ruht das Licht. Teil 1 und Teil 2. Ich mache jetzt mal ein bisschen Schnelldurchlauf, weil sonst ist die Kamera wirklich gleich weg. Und zwar habe ich hier noch ein Buch, was in dem Voting gewählt wurde. Ich habe eine sehr treue Abonnentin, die unter jedem Video ein Buch schreibt und dich grüße ich jetzt erstmal. Sandra heißt du, glaube ich. Und sie hat gesagt, ich soll unbedingt Nina Blasjean Totenbraut lesen und ich habe mir dann den Klappentext nochmal durchgelesen und habe gesagt, okay, ja, darauf habe ich Bock. Das werde ich lesen. Darauf habe ich richtig Bock. Das hört sich so interessant an und dass das auch noch so ein bisschen in der Vergangenheit spielt. Ich bin ja so ein bisschen... Geschichte ist ja ein bisschen so meins. Deswegen werde ich das jetzt auf jeden Fall lesen. Ja, dann habe ich mir noch eins rausgesucht, was eigentlich sein musste. Und zwar den letzten Teil von Percy Jackson, die letzte Göttin. Ich habe ja den Schubert, deswegen habe ich hier jetzt kein richtiges Cover drauf. Und ja, ich habe im März Teil 1 bis 4 gelesen, deswegen will ich jetzt natürlich im April Teil 5 noch hinterher schießen, damit die Reihe dann auch abgeschlossen ist. Ja, und zu den letzten vier Büchern, die muss ich jetzt einmal kurz herholen. Ich habe hier einen ganzen Haufen voller Bücher. Und zwar geht es um diese Reihe. Ich habe noch gesagt, okay, ich werde noch eine komplette Reihe dazu nehmen. Und zwar geht es auch um die April and Pike-Reihe, die Elfenreihe Elfenkuss, Elfenliebe, Elfenband und Elfenglanz. Die steht jetzt hier nicht in richtiger Reihenfolge. Aber diese vier Bücher möchte ich halt noch lesen, weil die mich auch so ein bisschen an Frühling erinnern. Und ich habe die gegriffen, weil ich da nur Frühling gespürt habe. Und ich gesagt habe, ja, ich möchte eine ganze Reihe auch lesen, weil ich im März gemerkt habe, ich habe da sehr viele erste Teile auf der Leseliste gehabt und habe da dann auch immer gleich die ganzen Reihen gelesen. Deswegen habe ich mich nur bedingt an meine Leseliste gehalten. Deswegen habe ich jetzt im April eine ganze Reihe auch mit reingesetzt, damit das nicht wieder passieren kann. Ja, das waren jetzt 21 Bücher bzw. 20 Bücher und ein Angefangenes. Und ich freue mich und drückt mir die Daumen. Ich will diese Challenge, meine eigene Challenge schaffen, weil ich habe, glaube ich, sage und schreibe 36 Bücher im März gekauft. Und ja, ich muss ein bisschen was nachholen, glaube ich. Ja, das war meine Leseliste. Und ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich so schnell alles runtergerattert habe, weil meine Kamera blinkt die ganze Zeit. Akku alle, Akku alle, Akku alle. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, euch war es jetzt nicht zu chaotisch. Und drückt mir die Daumen, bitte. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr davon schon Bücher gelesen habt und wie ihr sie fandet. Und ja, ich sage einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!